Mein Name ist Kevin Nowak, ich komme aus Plankstadt, bin 30 Jahre alt, bin Vater von zwei wunderschönen Töchtern, eine wunderschöne Frau. Fitness bedeutet für mich mal rauskommen aus dem Alltag, vor allem auch Stress abzubauen und eben was für mich selber zu tun. Ich fühle mich wohl im Venice Beach, mir gefällt die Atmosphäre, mir gefallen die Menschen im Venice Beach. Eben diese coole Beach-Atmosphäre hier ein großer Teil zu sagen, hey, hier würde ich gerne trainieren.